Mahlzeit! Ich dachte, ich muss kurz ein kleines Intro drehen. Wir sehen uns heute im Fotostudio, Kreuzberg, Dennis geht los, Thilo, Mixed-McCloud-Album-Kampagne. Der Mann testet die Technik. Der erste Model ist schon rein, schon da. What's up, my man? I'm ready for the shoot. Krass, hier ist das Styling aufgebaut. Das sieht ehrlich aus, als wären ein Stylist-Stylistinnen im Haus gewesen. Fertig bis auf einen Song, nämlich den. Geil. Let's do it. Woooo! Illegal. Illegal. Willst du die Karotte? Ja! Das ist doch jetzt schon, Thilo, der vorleiblich. Ja, voll doch. Das sieht richtig böse aus. Ah, mir fällt gerade auf, Frau Pflugmitz ist noch ein Logo. Ja! Das ist echt viel schwer. Wow! Komm doch hoch da! Komm doch hoch! Komm doch hoch! Ja, so, so, so! Ja! 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 Ja, ja, ja! 18.30 Uhr 19.02 Uhr Oh shit Los, los, lang Turn up Dritter Tag und drittes Event Ich bin hier mit keinem geringer als deines Love im Büro Was geht's? Weiß man nicht Das ist noch ein Geheimnis Mal schauen Riesen Downs Riesen Downs Ausstrahl Jetzt ist es noch mal Ja, dann ist es auf dem Mikrofon Ist voll lieb 25 Was? 25 Machen wir es jetzt auf Youtube Wollt ihr mal posten? Ja Meinung, dass es los geht Ja Einmal für den Vlog Damn Damn So jetzt hier noch einmal ein kleines Walkthrough mit Kamieringern Alles nix so Warte mal, ist ein Haar auf der Linse Schlapp sitzen, schlapp sitzen wie immer Du hast wack Ganz kurz Ich rock hier mal eben kurz die Walnut Chapel Hose, Alter Piep Zwei Handys Zwei Handys Zwei Handys Zwei Handys Ich hab zwei Handys Benni 030 hier Es geht ab High Stream What, Linus, Linus, Linus Mac Cloud ausm Klo Alle da, alle da Ich Ich freu mich unglaublich Wow Du Zwei Minuten geht's los Fünf Vier Drei Zwo Eins Was geht ab Freunde Ich hoffe ihr seht uns alle Ich hoffe ihr hört uns alle Ich weiß nicht Ich hab hier so ein Mic Ey 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 Sagt ihr immer was? Die haben wir schon einmal kurz rein Guck mal, ich hab jetzt gerade Jörg mal einfach so ein bisschen Schleifleid auf dem Ja Ich bin ja total übernommen Das ist ja vielleicht Die Senni ist nur in Senni, schon bei Thilo war da immer noch So durch Frühstark ist das Volk, ich komm noch nicht mehr raus Wie beim Fick, erst bei der Album, bist du da laut Ja die Senni tun ich gut, ja doch du mir auch nicht Thilo immer turnt, ja keine Pause Noch vor paar Jahren hab ich gewartet bis ich drauf geh Jetzt 30k Outfit, wenn ich raus geh Jetzt Phenomeno Jetzt Phenomeno Ich fand den richtig gut den Stream Der ist doch noch am Start, der geht doch noch ein bisschen Ja aber bis jetzt fand ich den richtig gut Ja ich auch Also bis jetzt so bei rumgekommen ist es echt Außer das, ja Obwohl manch einer bisschen am Spam im Chat sonst cool Wer spammt denn immer? Im Chat paar Leute Echt? Was spammt die Sachen? Irgendwas mit Leides in der Hose Nein ist einer Hose Vor der Arbeit Ist auch nach der Arbeit So was muss ich sagen Hör mal auf mich drinnen! Das war's So war's das? Ja Das war's So soll ich das Mic ankommen? Das kannst du hinlegen wo du magst, Bro Okay Der höfliche Der höfliche Don Natürlich Ich bin Rock'n Designer von E.T.A.L.E. Okay Let's go Applaus Ich bin Rock'n Ich bin Rock'n